Musik Oldenburg im Ausnahmezustand. Die IWI Baskets sind zum ersten Mal in ihrer Geschichte deutscher Basketball-Pokalsieger. Die Mannschaft setzte sich am Sonntag im Endspiel des Finalturniers in eigener Halle mit 72 zu 70 gegen die favorisierten Baskets Bamberg durch. Nachdem die Schlusssirene ertönt war, gab es in der großen IWI Arena kein Halten mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017